Hallo Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Monstrum. So jetzt aber wieder Spaß beiseite hier, so gewöhnliche Begrüßung, zack hier Ordnung und Zucht und so oder umgekehrt. Nein Scherz, so ja, hallo herzlich willkommen zu Monstrum natürlich, schön dass du dabei bist wieder, finde ich super. So Ritual vollzogen, jetzt können wir loslegen. Aufs Maul hier du Penner. Ah, das geht ja gut los, das geht ja gut los. Rein mit dir du, du Fuße, du, du diffuse Sicherung du. Öffne dich du Tür. What? Alter ich hab's nicht, what, 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 I have eine, ich hab eine Sicherung verschwendet hier gerade für dich du, du scheiß Raum. Ey, das ist scheiße. Schäm dich was. Echt mal. Du bist ein Pennerraum. Echt. Kackraum. Echt mal. Scheiße. Ja. So, geh wieder zu. Du Lappen. Kann ich die wieder rausnehmen hier vielleicht? Nee, ne? Nee, shit. Mist. Nimm ich halt den Benzinkarnister mit, den ich überhaupt nicht brauche. Und hier könnt ihr auch wieder eine Sicherung reindrehen. Naja. Was soll es? Was soll es? Jetzt auch Worst. Ihr fiesen Mistsäcke. Allesamt. Echt mal. Wisst ihr, was ich gehört habe gerade? Facehack habe ich gehört. Das war das Geräusch von Facehack gerade. Und ich freue mich sowas von überhaupt nicht. Ey, ich will dieses Fuckvieh nicht. Echt. Ich will ich will Big Daddy wieder haben. Mann ey, ihr Lappen. Dass man auch nicht einzelne Monster ausschalten kann hier. Das war doch der Sound von Big Daddy. Jetzt bin ich verwirrt. Big Daddy, bist du das? Bist du da? So mit dem Knicklicht sieht man auch die, äh, diese Dinger nicht so gut, ne? Irgendwie geht es mir jedenfalls so. Kann natürlich auch an meinen an meinen kaputten Augen liegen, aber ich finde irgendwie sieht man mit diesem Licht diese diese Steam-Biester hier nicht so gut. Oh, ein Feuerlöscher. Schön. Was ich schon immer haben wollte. Ne, das ist eindeutig das Geräusch von Facehack. Dieses, diese kleinen Schritte, den erkenne ich doch schon am Gang. Den Kacker. Oh, was gibt es denn hier Schönes? So eine T-Walkies. Wie bleibt das Ding halt hier? Nehme ich doch lieber die Dinger mit. So, kann man ein bisschen Krach wenigstens machen. So, ich nehme das trotzdem mal wieder mit. Wobei, ich könnte es auch hier drin lassen, ne? Genau, machen wir ordentlich Krach hier. Ah, jetzt hänge ich hier schon wieder an der Tür. Boah, Alter. Der, der Pixel des Todes, ey. Der Pixel des Todes. Wenn du ihn nicht triffst, dann, dann bringt er dich um. Ich höre da schon wieder was laufen, irgendwie. Das habe ich gar nicht gesehen. Kackviech. Kackviech? Bist du's? Na, gehen wir mal hoch. Rumpumpel. So. Was mich für wild ist, dass hier keine Eier sind. Also, ist es doch Big Daddy oder was? Ach, ich weiß es auch nicht. Wollen wir vielleicht mal ein bisschen Krach machen? Dass er langsam mal auf uns aufmerksam wird. Ist ja doch so ein bisschen langweilig, muss ich zugeben. Hüpf. Hüpf. Naja. Habe ich gerade gesagt? Habe ich gerade gesagt? Facehack? Du bist es nicht? Okay, hier sind die Eier. Bäh. Hallo? dann eben nicht dann bleibt doch da unten du scheiße echt mal gehe ich halte wieder hoch so so ob der hier rein kommt ob der jetzt weiß wo wir sind oh ja da ist er na du scheiße alter mach keinen fehler wenn hier die tür aufgeht dann schießt ich dir ins gesicht hier mit der die feuerlöscher na doof mach's gut du lusche ha amateur drecksack das nur weil du so hässlich bist du scheiße ja ja dann gucke ich mich mal hier ein bisschen um da unten bei den containern habe ich auch nichts gesehen oh das klebeband wie schön was weiß ich denn hier schmeißt das ding halt weg ah die küche jemand hunger könnte mir auch mal was zu essen mitmachen mit tierischen kohllampf gerade geil die taschenlampe finde ich super dann dass man die walkies mal hier noch die taschenlampe mit ich frage mich ja ob ich jemals die schlüssel für den helikopter noch mal wieder finden werde und alle anderen sachen bäh achso achso scheiße so da kann man auch noch ach so ja okay jetzt habe ich es auch endlich gerafft ein benzin kannister ja die brauchen wir auch so dringend ist ja nicht so dass da nicht irgendwo auch noch benzin kannister liegen würden so die kann weg die ist leer dann schauen wir hier doch mal wird mal wieder zeit dass hier aus den schächten jemand kommt ne eigentlich ist auch hier kein schlüssel kein schlüssel für uns becher soll ich hier mit dem blöden becher geht auch nicht an was ist das für ein kackboot schnauze schnauze eine notiz wenigstens etwas also facehack hat uns ja noch nie aus den schränken raus gepult ne da will ich nicht lang pass auf ich gehe jetzt noch mal eine etage hoch subhead lights subhead lights subhead lights nehm ich mal mit ja brauche ich alles nicht aber nehmen sie trotzdem mal mit so pass auf ich gehe noch eine etage höher genau da kommen wir hier nämlich raus was total super ist weil dann werden wir wenigstens schon das klebeband mal wieder los und das ist total großartig wie ich finde keine schlüssel kein gar nichts toll eine kette haben wir auch noch nicht die luftpumpe wie geil ist das denn was so dann hätten wir das da fehlt ja nur noch die kette für diesen fluchtweg ist ja phänomenal wir werden ja wohl ein so kack item finden oder alter boah jetzt habe ich mir fast die tastatur weggeschmissen alter oh kacke man manno das war so gut ja komm ein versuch machen wir aber noch alter ich dachte der ist vielleicht hinter mir und dann auf einmal steht der blöde kacke vor mir und schmeißt auch noch sein feuerlöscher weg das hat er wohl gemerkt selbsttätig getan das habe ich nicht gemacht ich habe nicht auf die tasse gedrückt damit er das ding weg wirbt das hat er selbst gemacht so und ich habe schon wieder facehack gehört gerade das gerader war schon wieder von facehack und kack die walkies ah shit nutzloser raum ich hasse nutzlose räume ich dachte gerade erst dass wenn die schlüssel da war da habe ich mich zu früh gefreut so eine blöde tasse der dj ist wieder da alter ey du verdammter drecksack du hässliches Viech du hast dich Geht weg! Ach, so ein Ärger, ey, dass es auch immer dieselben dann sein müssen. Warum nicht Big Daddy, ey? So, hier war ich schon überall, ne? Ja, okay. Ah, das ist gut, da ist zumindest eine Treppe. Das ist mal total praktisch, weil da können wir wenigstens wieder hoch an Deck. Na gut, dann eben nicht. Da ist der Kacke rausgekommen. Ach, hier ist auch eine Treppe, komm, dann nehmen wir die. Muss jetzt ja auch nicht hier stundenlang rumrennen, nur um eine Treppe zu finden. So, aber Rennen ist echt eine Scheißidee offenbar geworden in diesem Spiel. Denn die Viecher werden einfach schnell auf einen aufmerksam. Hier ist die die Lustpumpe wieder, finde ich super. Ah, keine Schlüssel, kein gar nichts. Wir haben kein Klebeband, sonst hätten wir das jetzt gleich benutzen können. Oh, pass auf, dann lege ich die blöde Luftpumpe hier hin. Denn die brauche ich ja wirklich nicht mit mir rumschleppen. Das Knicklicht lasse ich auch mal hier liegen. Dann haben wir hier so ein kleines bisschen Licht. Was liegt denn da noch? Ist das eine Flasche gewesen oder was war das? Ach so, das waren nur zwei Flaschen, ansonsten nichts. Da kommen wir eh nicht rein, dafür brauchen wir erst wieder ein Radio. So, nehmen wir mal den Feuerlöscher genau mit. So, und dann haben wir nämlich schon mal die Möglichkeit, den Viech mal wieder eins auszuwischen. Meist klappt das ja, nicht immer, aber meist. So, wir haben keine Sicherung mehr. Das Radio, das ist schön. Geil! Wir haben die Schlüssel gefunden. Wie cool ist das denn? Ach nö. Pass auf hier rein. Na komm schon, Baby. What? Willst du wohl nicht hier draußen rumlaufen? Baby. Na, wie geht's dir? Oh, was bist du hässlich? Scheiß Teil. Scheiß Teil. So. 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 siehst du hier schon wieder ich habe es gerade noch geschrieben und jetzt jetzt schon wieder die falschen tasten er sieht mich trotzdem nicht hier wenn das kann es aber ein drauf lassen wo ich sehe gar nichts hier ich gehe jetzt mal hoch hier ist er nicht mehr na toll so kommen dann geht es mal die tasche runter hier wollte ich doch gar nicht viel daraus schnauze so zum helikopter wollte ich noch der helikopter helikopter so ob das diesmal klappen wird ich fürchte ja wieder nicht mach auf das scheißteil unlockt und öffnen huch nein du sollst hier nicht rumsprühen wo bist denn du könnt ihr mal hier hoch gucken ob ich hier vielleicht noch was ist aber hier ist leider nichts dann gehen wir mal runter hier das wird bestimmt total super oh wir sind schon ganz unten bleib doch nicht so hängen hier du Pfosten so jetzt sind wir hier und hier ist nichts watch your step boing so was haben wir denn hier haben wir nichts haben wir nichts scheiße das hat sich ja voll gelohnt hier hinzukommen oh ein feuerlöscher wie schön dann kann der ja mal weg dann habe ich wenigstens hab ich wenigstens wieder einen der voll ist du die du die du die du die du die du die du puste fix schnauze ihr säcke auf deinem gerumpel kannst du deine freunde hier im ja deine freunde kannst du hier beeindrucken deine verkackten oh wir haben die zange gefunden wie schön da ist er scheiße die ist auch alle das ist natürlich kacke jetzt sehe ich ja gar nichts hier oh oh ja komm dann gehen wir mal raus hier müssen wir eh raus gerade das bietet sich ja sozusagen an den typ möchte ich übrigens sehen der mit so einem bolzenschneider diese dinger kaputt macht und die dann noch solche geräusche machen beim durchschneiden finde ich auch sehr spannend so in irgendeinem dieser dinger ist wieder das loch des todes in das wir natürlich nicht fallen diesmal weil wir ja schlau sind blöd ist dass ich jetzt überhaupt kein licht habe loch des todes benzin kann ist tja das wird doch jetzt wohl nicht aus so einem container gekrabbel kommen oder dann kotze ich aber im strahl so das können wir schon mal befüllen so befüllt ist es so wir brauchen die signalpistole denn wir müssen das viecher irgendwie ablenken die ist hier oh der hat aber muckis so vollgas sie ist schon wieder hier ich ziehe mich mal nach ganz hier hinten zurück und gucke mal ob er den nicht einfach irgendwie befüllt so steht denn jetzt hier keep monsters away from pun oh oh die weg feuerlösche alle ich kann auch nichts mehr hilfe 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 so die ist alle scheiße ey die ist kackvieh kacke jetzt muss ich erstmal eine runde laufen das ding kann weg jetzt bin ich mal gespannt ob das klappt ach nö ach nö ach nö oh man oh das hätte zu gut werden können scheiße oh jetzt wartet der dreck sagt er auf mich ey man du blöder ach 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 du Hurenmonster ey echt mal ach alter ey scheiße ach scheiße gesichtssaugerstufe 16 ey hat mich mal wieder gefickt verdammt ja sorry hat es wieder nicht geklappt aber trotzdem hat es spaß gemacht und wir waren mal wieder sehr nah dran man ey naja wie gesagt vielen vielen lieben dank wieder fürs zuschauen und ich hoffe dass du auch beim nächsten mal natürlich wieder mit dabei bist wenn wir wieder monstrum spielen ja und dann bis zum nächsten mal bis dahin ciao bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal